Murat Thurhan, 35 Jahre jung. In meiner Welt ist er so der Rockstar aus der Finanzbranche, nämlich er ist innerhalb von vier Jahren und vier Monaten zur höchsten Position aufgestiegen in seinem Unternehmen und ist aus der Direktion Florian Grossert 696 herausgewachsen und vor allem auch über sich hinausgewachsen. Und wie er das geschafft hat und vor allem, was für ihn sein Erfolgsrezept gewesen ist, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß. Juvie, erstmal danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ist auch nicht selbstverständlich. Gerne. Und wir hatten ja gestern Abend schon beim Essen das ein oder andere gute Gespräch gehabt, wo wir über Erfolg gesprochen haben. Und ich glaube, diejenigen, die jetzt sich das Video gerade anschauen, die stellen sich wahrscheinlich auch die Frage, wie schafft man es in seinem Bereich innerhalb von vier Jahren und vier Monaten zur höchsten Position aufzusteigen? Du warst gelernter Steuerfachangestellter. Genau. Fußballprofi. Ja. Und jetzt auf einmal Finanzvertrieb. Verrückt. Hau mal raus. Erstmal, danke, dass ich hier sein habe und willkommen in meiner Stadt. Berlin ist ja meine Heimatstadt. Ich bin froh, euch hier zu haben. Ja, was soll ich sagen? Also ich habe Fußballkarriere irgendwie versucht oder ich habe versucht, den Weg des Fußballers so ein bisschen zu gehen. Und ja, war damals so ein bisschen mein Traum, weißt du. Bis ich 23 war, war ich in den höheren Ligen unter Vertrag. Was heißt höhere Ligen? Wo hast du da gespielt? Naja, ich war bei Schalke 04, habe es aber nicht ganz in den Profikader geschafft. Da war ich in der Amateurmannschaft. Dann bin ich zurück nach Berlin. War in der Amateurmannschaft von Union Berlin. War der Weg halt ein bisschen kürzer in die Profimannschaft. Und dann war ich dann noch in der Regionalliga, habe ich dann noch in der Regionalliga gespielt. Und dementsprechend, ich habe drei ältere Schwestern. Also ich bin sehr familiär bezogen. Der einzige Bruder, oder? Ja, genau. Der jüngste. Der jüngste, ja. Und danach kamen meine Schwestern immer an, meinten sie, du musst noch eine Ausbildung machen. Dann kannst du nicht alles auf die Karte Fußball setzen. Und dementsprechend habe ich mir dann eine Ausbildung gesucht. Dann zum Steuerfachangestellten. Ganz normale Ausbildung. Ja, aber ich sage dir ganz ehrlich, ich war auch ein bisschen trocken, muss ich sagen. Alle, die sich mit dem Thema Steuer beschäftigen, ist halt nun mal ein bisschen trocken. Aber im Endeffekt war es eigentlich eine gute Ausbildung. Und Fußball war dann so ein bisschen Ausgleich auch dazu. Weil ich glaube, ohne Fußball wäre es dann auch nicht so einfach gewesen, einfach die Ausbildung abzuschließen. Ja, und dann wollte ich aber einfach mehr, weil ich war immer reiseverrückt. Ja, du kennst mich. Also für all diejenigen, ja, unbedingt mal folgen, auch auf Instagram, Murat Turhan. Der Kerl, der lebt wirklich diesen Lifestyle von Work-Life-Balance, wenn ich das mal kurz so reinhauen darf. Ja, also viele sagen ja immer, ja, ich tue gern Reisen, aber irgendwie tun sie es dann irgendwie nicht. Und der Kerl, der arbeitet hart. Also Work-Hard und, wie sagt man so schön, und Play-Hard, Work-Hard, Play-Hard. Ja, also das ist wirklich so, jedes Mal, wenn ich bei dir auf Instagram drauf schaue, dann bist du entweder mega gut gelaunt in Buenos Aires unterwegs oder auf Ibiza, braun gebrannt. Und wenn du dann wieder zurückkommst, bist du einfach mega am Hasseln, sitzt in deinem Auto drin, gute Laune. Für mich bist du auch dieser Inbegriff von guter Laune. Okay, jetzt Frage, ist es in deiner Familie schon immer so angeboren gewesen oder hat sich das entwickelt? Oder hast du da vielleicht mal einen Ansatz dazu? Nee, nee, ich muss echt sagen, das hat sich entwickelt. Also ich bin eigentlich der Einzige in der Familie, der extrem positiv ist, hat sich aber auch mit der Zeit einfach entwickelt. Ich habe mich ja natürlich auch persönlich in der Selbstständigkeit jetzt entwickelt. Und ja, also zu dem Thema Reiseverrückt sein, das war so mein Motiv. Also, ich wollte mich einfach selbstständig machen, ich wollte mein eigener Chef sein und dementsprechend habe ich mich dann für die Finanzbranche entschieden. Ja, klar mit meinem Mentor und Direktionsleiter Florian Grossart, ja, ein persönliches Verhältnis gehabt und dementsprechend kam dann irgendwann der Kontakt zustande. Auch in dem Business einfach mal zusammen eine Vision zu gestalten und zu sagen, okay, lass uns das mal zusammen aufbauen. Und dann habe ich die Möglichkeiten erkannt. Wie kam das? Wie kam das? Hat er bei dir eingerufen und hat gesagt, pass auf. Muri, komm rüber, da ist die Wiese grün und zwar schmeckt klarer oder Reisen for free oder wie ist das? Pass auf, pass auf, pass auf. Wirklich lustig. Er ruft mich an, ich kannte ihn über, Fußballer kennen sich halt untereinander in Berlin. Und dann hat er mich angerufen und hat gesagt, du sag mal, ja, ist eigentlich auch so, fasst du ein Spruch von euch? Ja, wenn es um Reisen geht, ja, nach Spanien, Ex-Pit-Ibiza, ja, dann habe ich gehört, muss man sich in Berlin an dich wenden. Das war wirklich sein Spruch. So, ich meinte, ja, ey, wir kennen uns ja von dem und dem. Und dann, so ist der Kontakt entstanden, ja. Da habe ich irgendwie die Reise so ein bisschen organisiert. Und, ja, im Endeffekt, ich hatte echt Spaß dran, ne, weil es ja meine Insel ist, dann wollte ich ja, weißt du, man will halt anderen Leuten so ein bisschen. Was repräsentieren. Genau. Okay, okay, cool. Und dann wusste ich, okay, der kommt dann nach dem Urlaub an. Und meinte, ey, unfassbar Wahnsinn. Und dann haben wir auch mal einen Urlaub zusammen verbracht und da sind dann die ersten Gespräche auch entstanden. Und, ja, dann hat man einfach auch, ja, sich entschlossen dann gemeinsam auch ein Business zu starten, ja. Und, ja, das ist jetzt daraus entstanden, ja. Und das war einfach mein Motiv, ja, und das kann ich auch nur allen ans Herz legen. Ihr braucht ein Warum, das ist ganz wichtig. Ja, für den einen ist es Geld, für den anderen ist es Unabhängigkeit mit der Familie, Reisen, etc. Ja, und das hat mich halt extrem angesprochen. Und daran habe ich wirklich irgendwie gefühlt jede Nacht, jeden Morgen irgendwie gedacht. Ich bin mit den Gedanken eingeschlafen und mit den Gedanken wieder aufgewacht. Und ich glaube, dann entsteht auch ein extremer Fokus. Cool. Also, ich mag mal kurz festhalten. Bei dir war es so, du hattest zumindest das, was du gerade gesagt hast, bei dir war dieses Motiv, glaube ich, reisen können, immer und zu jeder Zeit, nicht irgendwie in diesem Hamsterrad zu sein, sondern wirklich auszubrechen, auch eine andere Persönlichkeit zu werden. Jetzt gibt es ja viele junge Leute, die starten. Und wir gehen gleich nochmal darauf ein, wie du das geschafft hast, in deinem Unternehmen die höchste Position zu erreichen. Jetzt gibt es viele junge Leute, die sagen sich, okay, ich finde es extrem inspirierend, was der Murat hier gerade erzählt, aber ich tue mich oft schwer, mich selbstständig zu machen. Ich habe Angst, ich habe Versagensängste, was könnte meine Familie, meine Freunde vor mir denken. Hast du da auch noch einen Tipp, was du jungen Leuten oder neuen Startern mitgeben würdest? Einen Tipp habe ich auf jeden Fall, aber ich will mal so starten, ich hatte natürlich auch meine Zweifel, aber, klar, mein Mentor, sozusagen, Florian Grossart, der hat mir halt einfach die Möglichkeiten gezeigt, in der Selbstständigkeit. Ja, ich kannte mein Warum und ich wusste, ich muss das dafür tun, um da hinzukommen. So, dass es klar ist, dass ein Weg immer steinig ist, das muss jedem klar sein. Ja, also es war nicht bei mir, auch wenn man, wenn die Zeit das ein bisschen was anderes verrät, ja. Es ist einfach so, dass ich auch mal Downs hatte, dass ich auch Neins bekommen habe, Abweisungen und so weiter. Das ist überall in der Selbstständigkeit so. Wie bist du damit umgegangen? Ich sage dir ganz ehrlich, es war mir ein Stück weit egal, ja, weil ich einfach das Ziel kannte. Ich habe mir halt geschworen, okay, du gibst fünf Jahre Gas und dann schaust du, wo du bist. Und wirklich diesen Fokus zu entwickeln, den hat man nicht von Anfang an, deswegen komme ich auch gleich zum Tipp. Aber man muss es so ein bisschen mit jeder Selbstständigkeit eigentlich vergleichen, ja. Ich sage immer so schön, wenn du ein Restaurant eröffnest, ja, dann gibt es ja auch Phasen, wo die Leute nicht zu dir kommen, um zu essen. So, machst du jetzt sofort das Restaurant zu, oder was? Ja. Dementsprechend musst du immer ein bisschen an den Stellschrauben drehen, du musst dich weiterentwickeln, du musst auch dich coachen lassen, du musst auch bereit dafür sein, dich auch mal coachen zu lassen, auch wenn du denkst irgendwie, du bist der Beste, Geilste und so weiter, ja. Ja, dementsprechend habe ich das versucht anzunehmen und dann, wenn du wirklich daran glaubst, und ich glaube, das ist der Schlüssel bei vielen Selbstständigen, wenn du wirklich daran glaubst, siehst du auch in den ganzen Motivationsvideos, Büchern und so weiter, da gibt es immer dieselben Sätze, du musst an deinen Traum glauben, verfolge ihn, egal wer was sagt. Und dementsprechend habe ich daran geglaubt. Und ein Tipp wirklich für junge Leute oder für junge Unternehmer, die sich selbstständig machen, ich würde immer drauf pochen, dass derjenige wirklich selber erstmal wissen muss, was will er im Leben, ja. Ich kannte mein Warum und ich wusste, wenn ich angestellt bleibe und wenn ich jetzt nicht irgendwie Vorstandsmitglied irgendwie irgendwo von einer riesen GmbH werde oder sowas, ne, und mich hocharbeite, dann werde ich einfach diese Unabhängigkeit nicht erreichen, dann bin ich halt in dem Hamsterrad, ja, als Angestellter, ist ja vollkommen okay, sage ich auch immer wieder, ist vollkommen okay. Da musst du dir bewusst sein, dass du dann diese Unabhängigkeit nicht erreichst. Die erreichst du nur, wenn du eine Selbstständigkeit, eine Passion, ne, eine Leidenschaft für dich entwickelst, in dieser Selbstständigkeit, dass du es auch nach außen ausstrahlst und so dein Unternehmen einfach aufbaust. Cool. Und daran musst du wirklich glauben und du musst wissen, was willst du. Also willst du das wirklich, dann musst du auch wirklich viel dafür opfern, vor allem in den ersten drei bis fünf Jahren. Cool. Jetzt gibt es ja unglaublich viele Menschen, die zu dir aufschauen, Muri, und sagen, okay, der Kerl hat es innerhalb von vier Jahren, ja, also zumindest das, was mir zu Ohren gekommen ist, jetzt hast du es innerhalb von vier Jahren und vier Monaten geschafft, zur höchsten Position aufzusteigen. beim, ich glaube, das können wir auch sagen, beim größten Finanzstrukturvertrieb Europas, bei der deutschen Vermögensberatung. Jetzt gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Kontakte zu machen. Eines davon, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube, das darf ich auch kurz erwähnen, hatten wir ein Training mit deinem Team und du warst ja im Vorhinein auch schon... Der absolute Wahnsinn. Nicht bezahlt, ja. Warum musst du es so sagen? Sorry. Dankeschön, danke schön. Ich kenne es mich ja. Du warst ja im Vorhinein schon echt gut dabei und hast da wirklich schon echt gut abgeräumt und hast Erfolge gefeiert. Dann hast du durch Flo damals mitbekommen, hey, wir haben ihm da ein bisschen Unterstützung geleistet zum Thema Kontakte machen, telefonieren, anderes Wording etc. Jetzt gibt es natürlich viele, die sagen, ja, ich arbeite nur über Empfehlungen. Und ich bin auch ein absoluter Befürworter, weil wir das auch machen, Empfehlungen, auch Leads sind alles tolle Kontaktquellen. Aber jetzt kennst du ja das Sprichwort Diversifikation, Direktkontakt. Jetzt hört irgendjemand, das erste Mal Direktkontakt, der denkt, anhauen, umhauen, reinhauen, abhauen, blöd Leute anquatschen von der Seite, funktioniert nicht, unseriös, lass bleiben. Deine Meinung mal als Profi. Deine ehrliche Meinung. Ja, ich sag dir meine ehrliche Meinung. Ich sag dir meine ehrliche Meinung, am Anfang, wo Flo kam, meinst du hier Direktkontakt und so weiter, meinst du, da hatte ich auch so ein gewisses Schamgefühl, ich gehe auf die Straße, ich spreche Menschen an, so war mein erster Eindruck, was dann da abgeht. Aber wo wir das Coaching wahrgenommen haben, und das soll jetzt keine Werbung sein, aber es ist wirklich so, also was für einen riesen Mehrwert ihr mitgebracht habt, nicht nur für mich und mein Team, ja, das ist nicht nur draußen der eigentliche Direktkontakt, sondern einfach auch gecoacht werden, einfach in der Entwicklung, ja, wie man wirklich auch Leute vom Wording her anspricht, wie man im Verkaufsprozess vom Wording her sich weiterentwickelt. Also das sind ja alles Punkte, die ich ganz ehrlich sagen muss, die macht dir unfassbar gut, und da konnte ich viel lernen, ja, konnte ich viel auch dann im Nachgang auch noch mit den Partnern von uns nacharbeiten und auch umsetzen, ja, und deswegen kann ich das Coaching einfach nur empfehlen. Aber ich muss sagen, man sollte einfach auch diese Brille wegnehmen, von wegen Direktkontakt ist nur irgendwie, ich kann das nicht und ich kann nicht auf Leute zugehen oder sowas, sondern man muss wirklich sich darauf einlassen, weil genau das ist, was ich vorhin gesagt habe, man muss sich, wenn man auch so eine Entwicklung hat, und die hatte ich ja auch, also zwar lief es ganz gut, würde ich mal sagen, jetzt die letzten vier Jahre, viereinhalb Jahre, aber es lief nur so gut, weil ich mich immer habe coachen lassen, ja. Das sind so Kleinigkeiten, auch wenn es mal mein Papa war, ja, der mit meiner Materie gar keine, der hatte gar keine Berufspunkte, der wusste gar nicht so, was ich irgendwie mache, die ersten zwei Monate, aber trotzdem seine Erfahrung, ja, die eine gewisse Sache mitbringt, davon lerne ich, von meinem Mentor lerne ich, von euch habe ich gelernt. Und das sind einfach Punkte, die man als Unternehmer, wenn man wachsen will, einfach mitnehmen muss. Und deswegen... Können wir zusammenfassen, Potenzialentfaltung, unglaublich wichtig, ja. Und ihr merkt es auch irgendwie immer wieder witzig, auch wenn ihr die anderen YouTube-Videos euch mal anschaut, erfolgreiche Menschen haben immer einen Mentor, erfolgreiche Menschen sind immer offen, neue Dinge anzunehmen, neue Perspektiven einfach auch mal, vielleicht, ja, aus einem ganz anderen Blickwinkel das Ganze zu betrachten. Und ich habe jetzt auch gerade ganz stark rausgehört, Murat, bei dir war es einfach, A, du wolltest unbedingt bei dir was verändern, du hast gesagt, innerhalb von fünf Jahren, gebe ich mir die Zeit. Und dann ist natürlich auch wieder der Unterschied, ich glaube, zwischen vielen da draußen nicht, ich gucke mal, ich schaue mal, ob es funktioniert, sondern du hast gesagt, brachial, wer radikale Ergebnisse will, braucht radikale Veränderungen, du hast einfach Vollgas gemacht, oder? Ja. Du hast einfach gesagt, jetzt scheiß drauf, ich mache es einfach, oder? Kann man das so zusammenhören? Ich mache dir mal ein Beispiel. Ich war ja früher, ja, Fußballprofi oder in den höheren Ligen mal gespielt, und da war ja diese Leidenschaft zu Fußball da. So, das ist ein Traum von jedem kleinen Jungen, der vor allem war, dass er Fußballprofi wird. So, dann guckst du aber auch jeden Samstag um 15.30 Uhr Bundesliga. Ja, also ist normalerweise immer so. Ja, dann gibt es so ein Topspiel um 18.30 Uhr und so weiter. Und du musst dir vorstellen, und das ist keine Lüge, in den ersten drei Jahren, ja, das weiß auch mein Mentor, das weiß auch mein Team, in den ersten drei Jahren habe ich nicht einen Samstag um 15.30 Uhr Bundesliga geschaut. Krass. Weil ich jeden Samstag trotzdem auch an meinem Unternehmen gearbeitet habe. Und das ist der Punkt, wo viele auch meiner Meinung nach einfach nur mal einen Step weitergeben müssen, wenn sie das halt wollen, dieses radikale Ergebnis, ja, dann müssen sie auch extrem was dafür tun. Dann können sie nicht irgendwie, wie im Vorjob, von Montag bis Freitag, von 8 bis 16 Uhr, arbeiten, sondern... Extra-Meile. Extra-Meile. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man auch verkörpern, nicht nur sagen, nicht labern, sondern machen. Ist so. Also dementsprechend, das mal so als kleine Info, wie ich das Ganze sehe. Drei Schwächen von dir. Zeitmanagement. Ja. Also wirklich. Und man kann es trotzdem schaffen. Man kann es trotzdem schaffen. Zeitmanagement, weil ich will immer extrem viel. Dann sage ich mir, ah, okay, dann da den Termin, der geht anderthalb Stunden, dann fahre ich eine halbe Stunde dahin und dann passt das schon irgendwie. Aber dann haut das, vor allem in Berlin hier mit dem Verkehr, haut das manchmal nicht hin. Also da muss ich echt nochmal dran arbeiten. Zeitmanagement? Zeitmanagement. Ich bin manchmal eine kleine Diva. Okay, wow. Ja. Wusste ich bis jetzt nicht. Aber jetzt weiß ich. Wenn ich das auch offen zugebe, dann ziehen mich die Leute auch danach damit immer mal auf. Ja, dann weißt du ja, wie das ist. Dann weißt du das, dass du das mal gesagt hast als Schwäche. Und wenn irgendwann mal eine Situation ist, dann sagen die, sei doch nicht jetzt so wie eine Diva. Okay, das ist nicht cool. Aber manchmal ist es halt so. Weißt du, wie es ist. So, und? Du bist immer negativ gelaunt, oder? Ja, absolut. Sieht man, glaube ich, auch. Ja, auf der Video. Nee, das ist auch ein Punkt. Also negative Menschen, das ist mittlerweile, aber das hat sich auch extrem entwickelt. Du merkst es ja auch an meinen Videos und wie ich mit Menschen auch umgehe und wie ich dich immer anlache. Nein, es ist wirklich so. Ich glaube fest daran, dass wenn man positiv einfach ist und das halt auch strahlt, dass du auch Positives anziehst. Also diese Wörter, Gesetze, Anziehung, das lebe ich komplett. Schön. Und ich glaube einfach daran, auch wenn ich dir jetzt zum Beispiel einfach, wir kennen uns jetzt nicht und ich helfe dir einfach auf der Straße, dann bin ich fest der Überzeugung, wenn ich dir geholfen habe, dann gehe ich irgendwie über die Straße, treffe einen alten Freund und dann passiert daraus was business-technisch. Also diese Anziehung, daran glaube ich fest und so hat sich das aber auch in unserer Truppe und allgemein in dem Business bei uns einfach entwickelt. Cool. Also Gesetze, Anziehung. Letzte Frage an dich. Wo siehst du dich in drei bis fünf Jahren? Machen wir drei Jahre. Wie möchtest du als Person sein? Nee, Bali war es schon mal? Nein, auch nicht. Kann ich dir empfehlen. Also wirklich wunderschön. Also ich will mich business-technisch noch weiterentwickeln. Wir sind jetzt zur höchsten Stufe, zur Direktion gewachsen. Ich möchte Partnern auch dabei helfen, diese Stufe zu erreichen. Deswegen ist mein Ziel, also alle, die sich auskennen, mit 40, bin jetzt 35, mit 40 ED4 zu werden, mindestens ED4. ED4 für all diejenigen, die es nicht wissen, das heißt, er fördert nochmal vier Direktionen, die aus deiner Struktur dann rauswachsen. Das spricht ja auch wieder für dich, weil dieser Teamgedanke, und dieser Teamgedanke ist ja auch wieder was Tolles. Und vor allem, ich glaube, wenn man das auch nochmal kurz einwerfen darf, Strukturvertrieb, weil es ja bei vielen immer gleich mit Schneeballsystemen und anderen negativen Sachen, obwohl jedes Unternehmen ja auch wie ein Pyramidensystem aufgebaut ist. Das Schöne ist ja immer dieses Fordern und Fördern. Du forderst ja und förderst neue Menschen, die sich an dir orientieren dürfen und du erzählst deine Vita und die Leute können sagen, geil, dann mache ich es ja einfach nur wie der Muri und in meinem Tempo. Ja, so eine Art, genau. Ja, also dementsprechend musst du halt mit den Leuten einfach die Vision verfolgen. Also jeder hat seine eigene Vision, jeder hat sein eigenes Tempo, hast du genau perfekt erwähnt und dementsprechend musst du halt, genau so gehe ich auch in die Gespräche, was ist dein Warum, was wollen wir für eine Vision verfolgen, willst du das mit einem schönen Team, willst du das mit Mitmenschen verfolgen oder willst du das alleine, ist auch vollkommen okay, als Berater, also da gibt es ja viele Möglichkeiten bei uns im Unternehmen und dementsprechend fördere ich die Leute so wie sie es möchten, aber ich bin auch ein Mensch, ich gebe sehr viel, aber ich gebe auch nur das, wenn mir jemand auch 100% zurückgibt. Was machst du mit Menschen, vielleicht nur ganz kurz, die dir leere Versprechungen abgeben, also die fangen an, machst du einen Testballon über einen gewissen Zeitraum, wenn einer frisch startet, weil reden kann jeder, aber machen ist ja so dieses goldene, wie siehst du das als Profi? Ja, also da ich ein positiver Mensch bin, gehe ich damit auch positiv um, das bedeutet, dass ich mit den Menschen einfach dann offen und klar spreche. Also ich versuche da wirklich eine klare Linie zu fahren und sage nach so einer Testphase beispielsweise, wenn es nicht funktioniert hat, dann werde ich nochmal darauf zu sprechen kommen, was für eine Vision wir am Anfang hatten, da hast du mir gesagt, du möchtest diese Unabhängigkeit, das ist dein Warum, du willst Gas geben, hat aber nicht so geklappt. Dann ist es kein Problem und da bin ich halt auch jemand, der dann sagt, okay, also entweder hast du Bock, wirklich diese Vision mit uns weiter zu verfolgen, hast du jemanden, der dich komplett unterstützt, weil so habe ich es auch erfahren von meinen Mentoren oder gar kein Problem, dann können wir gerne noch einen Kaffee trinken gehen immer und uns in die Augen schauen können, aber dann passt es halt beruflich nicht, aber es ist doch nicht schlimm. Also, du hast ja auch deine Freunde, ich habe meine Freunde, nicht die ganze Welt müssen meine Freunde sein, aber beruflich und privat ist ja was anderes, von daher, cool, genau, cool. Also, fassen wir zusammen, 35 Jahre jung, eines der schnellst wachsenden Direktionsleiter, du bist ein Mensch, der unglaublich getrieben ist, auch vom Erfolg, natürlich nicht nur für sich selbst, sondern auch andere Menschen mitzuziehen, mitzureisen, du bist ein Mensch, der sehr positiv, ich würde sogar sagen, optimistisch eingestellt ist, weil positiv ist man ja nicht immer, sondern optimistisch kann man ja auch mal schlecht drauf sein, aber man sieht das große Ganze, du bist jemand, der noch Ziele hat in den nächsten Jahren, der, ja, der einfach ein Mensch ist, der andere Menschen inspiriert und vor allem auch deine, deine, deine Lebensreise, die du bisher beschritten hast, so viele Niederschläge, die du wahrscheinlich auch erfahren hast in den letzten Jahren, hast du trotz alledem das Beste aus deiner Version gemacht und ich möchte mich vorab nochmal bei dir bedanken, dass du dir Zeit genommen hast, weil du bist echt in meiner Welt so ein geiles Stück DNA, ja, du, du lebst das wirklich oder du verkörperst das wirklich, was du auch in Social Media darstellst, da ist es nicht fake it until you make it, oder, ja, sondern du bist es auch wirklich und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, wenn euch irgendwas auf dem Herzen liegt und ihr sagt, hey, ihr möchtet vielleicht noch dem Muri nochmal eine persönliche Frage stellen, dann könnt ihr es entweder unter diesem Video machen, ja, also abonnieren, Glocke, kommentieren, ihr kennt ja das ganze Spiel, stellt gerne eine Frage unter dem Video und ich denke, dann wird auch Muri mit uns gemeinsam auf die eine oder andere Frage drauf eingehen oder aber, ihr sagt, hey, ich möchte eine ganz spezielle Frage dem Muri stellen mal unabhängig von YouTube, dann blenden wir im Nachgang auch noch einen und folgt dem Muri auf Instagram und da könnt ihr unglaublich viel Mehrwert euch von dem Kerl rausziehen. Ich sage ganz lieben Dank, wirklich wünsche dir von Herzen weiterhin nur das Beste, dass all deine Träume, Wünsche in Erfüllung gehen und vor allem, das Wichtigste überhaupt, bleib gesund. Du auch, Rapper. Hast du noch was? Zuletzt, ihr an die Zuschauer, ich überlasse dir das letzte Wort. Nö, ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch eine gute Zeit hier, trinken einen schönen Kaffee, und freuen wir uns auf die Zukunft. Tschüssi. Ciao, ciao. Murat Turhan, 35 Jahre... Machen wir mal von morgen! Das war's ja.